Ich heiße nicht nur Raven, sondern heute wieder herzlich willkommen hier bei einem neuen Opening auf meinem Kanal. Und ihr seht schon, ich habe mir was gegönnt. Ich habe mir für meine Evoli-Sammlung die strahlende Evoli-Box einmal geholt und dachte mir, wir haben jetzt zwei Displays japanisch geöffnet. Gucken wir doch mal uns die deutschen Karten an. So, zu der Box. Na ja, was haben wir denn hier? Wir haben eine holographische Promokarte, einen hochwertigen PIN, eine Spielunterlage, acht Booster und Promo-Codes, die wir wieder für unsere Openings benutzen können. Haha, und diesmal habe ich sogar ein Fachwerkzeug dabei. Professionalität und so kommt hier auf. Ich kann damit umgehen. Aha. Seht ihr? Ich bin nämlich schon groß. Egal. Mach hier nicht den Vorführeffekt. Geht doch. Für alle, die OVP sammeln war das jetzt gerade der schlimmste Albtraum. Gern geschehen. Werbung erstmal raus. Pappe weg. So. Haben wir hier erstmal die Rolle. Gucken wir uns doch direkt mal an. Ist das eine hübsche Unterlage. Die gefällt mir. Wisst ihr was? Die benutzen wir jetzt hier für das Opening. So. Sleeves legen bereit, falls wir Hits ziehen sollten. Und dann mal rein an den Schmaug. Vorsicht, wird laut. Oh, doch nicht. So, richtig da sicher raus. Nein. Nämliche Plastikpappe immer. So, die brauchen wir irgendwann mal. Schauen wir uns erstmal den kleinen Rackler hier an. Wir haben ihn ja schon auf Japanisch zweimal gezogen. Und jetzt auf Deutsch. Muss sagen. Sieht hübsch aus, aber bei den deutschen Karten stört mich dieser gelbe Rand sehr. Der macht das Ganze irgendwie ein bisschen billig. Aber wir töten sie trotzdem ein. Ich wollte ja in die Sammlung. So, dann haben wir hier den Pin. Der ist cool. Der gefällt mir. Den hefte ich mir direkt gleich mal an. So, und die Booster. Die Booster. Das ist das, worum es hier geht. 4 und nochmal 4. Macht nach allem Riese 9-1. So, ran an den Spaß, würde ich sagen. Gar nicht lang schnacken. Kopf in den Nacken. Gute Puls. Kartentrick. 1, 2, 3, 4 nach vorne. Ja. 1, 2, 3, 4 nach vorne. Blanche. Sonnenfell. Pikachu. Das ist so ein geiles Artwork. Shigii. Webarak. Reislaus. Jetzt kriegst du auch mit dem deutschen Namen hin. Lavita, Lokomodul und es fängt direkt gut an. Eine Mew2V. Wieso? Wie das? Ja, schlechte Wortsätze sind bei mir immer noch inklusive. 2, 3, 4. Psycho. Wieser Knoss. Eibrutmaschine. Charnera. Reislaus. Dann nehmen sie gleich Reislaus. Dusselgur. Das coole Kaper durchfeierlich ist wirklich. Melkan. Evoli. Besser kann es schon nicht mehr werden. 2. Evoli. Jupiter und ein Arctos-Holo. Nice. Bisher noch nichts, was uns enttäuscht. Oh, wir haben den Gott. Das Gott-Pokémon. Das Gott-Pokémon und eine Vista-Karte? Was könnte ein Zeichen sein? Fassersnob. Sonderbonbon. Kamerut. Vidica. Carpador. Dusselgur. Onyx. Nochmal Evoli. Reverse. Despotar. Ich schaue auch immer hier unten. Wegen dem Ditto-Symbol. Und Dracoran. Aha. Das pseudo-legendäre Drachen-Pokémon aus der ersten Gen. Niedlich. Der ist wirklich knuffig. Das ist kein richtiger Drache. Das ist mehr so ein großer Kuscheldrache. Kennt ihr noch Elliot das Schmunzelmonster? Genau so ist Dragoran. Dragoran das Schmunzelmonster. So, komm. Lammus. Candela. Lunastein. Alola Ratzbatz. Webarak. Pikachu. Nochmal Reißlaust. Dusselgur. So. Carpador. Reverse. Und. Eiii. Das Holo Pikachu mit der Cap. Oh, wie nice. Hahaha. Erinnert ihr euch noch? Das ist eine der Karten, die uns für japanisch gefehlt haben. Da habe ich zuletzt erst wieder ein Display geöffnet. Es gab Shiny Bisa Samen. Äh, Bisa Floor. normalen Visa-Floor und das also Japanisch fehlen uns nur noch Turtok und Glurak als Shiny haben wir das Set nämlich auch schon komplett 3,4 Centering ist bei den deutschen Karten nie so wirklich gut dieser Knosp, Farsas noch, Kamerupt, Ratzfatz, Bitiza, Blumanda, Griffel der sich echt nicht fangen lässt dieser Samen, Sonnenfall und eine Hytera, Holo, die auf der roten Arena chillt und sagt Digga, du kommst hier mit rein, mit deinem kleinen Pokémon, mich bummst du hier nicht weg ich bin ein verdammter Tank nächster Booster, der hat uns wirklich nicht enttäuscht, ich weiß nicht ob jeder Booster einen Holo-Hit garantiert, wie beim japanischen, aber bisher Dallos, Satu, Candela, Jumanda, Biza, Reislaus, Dusselbur, Carpador, Jutexu Reverse und nochmal Arctos muss ich sagen, als ich noch Pokémon Go aktiv gespielt habe, war ich ja im roten Team wobei von den drei legendären Vögeln ist Arctos mein Favorit, der sieht halt einfach optisch am besten aus jetzt mit Galar hat Lavados definitiv gewonnen ist euch übrigens mal aufgefallen, dass der Pokéball hinten auf den Pokémon Karten falsch rum ausgeht normalerweise ist nämlich dieser schwarze Pinöppel in der Serie oben an dem roten Deckel das wird euch jetzt triggern, ich weiß so ein Kamerubt eine Eibrutmaschine Shilok Pikachu Shigi Bidifas Ratzfraatz Kamauw als nicht getocht Bidifas Wied Medica Reverse und Tortoc hehehe Tortoc hat so ein cooles Artwork bekommen sehr blaulastig aber jetzt gucken wir mal Lastpact-Magic Schau mal mit so einem Fettkarl ist das unser großer hit wir dürfen gespannt sein Utexo, Pupita, Chanera, Alola Radical, Navitaub, Lavita, Natu, Ambi Diffel, Pupita Reverse und nur ein Visafloor schade Promenade aber ich finde wir können uns nicht beschweren ich habe mir die Box jetzt wirklich nur wegen der E-Woodie geholt weil ich die in meiner Sammlung haben wollte und die Spülmatte ist supergeil wir haben echt ein paar coole Sachen rausgezogen also beschweren können wir uns eigentlich nicht ich hoffe das Opening hat euch durch jemand in der Mitte ich hoffe das Opening hat euch wieder gefallen bis zum nächsten mal lasst euch gerne einen Daumen nach oben da bis dahin reingerockt